Gehen wir rein Die Fähne in diesem Spiel sehen so komisch aus Wie so ne Navi alter Oh mein Genick muss knacken ey Sehr schön Guck mal da unten ist ein Grabchen, ob wir den umschmeißen können? Ey komm Ey wenn wir jetzt hier sind wir jetzt... NEIN Du warst oben gewesen Ja ich weiß was ich oben gewesen war Ah jetzt zieht er mich auf immer Äh Alles klar ich verstehe Jut okay geh mal zurück Machen wir die gleiche Scheiße noch mal von vorne Gehen wir mal gleich hier lang Da hast ne Herzteil, da komm ich noch nicht ran Okay Na verpiss dich Hier lang Dann hier lang Nein Äh Äh Ich bin falsch Da komm ich nicht lang Ich mach mal hier laden Gott ey Jetzt kann sich nur um Jahre an Ah ok ne ich hab den Weg Alles klar Leute ich hab den Weg jetzt so Jetzt weiß ich wie ich laufen muss Und dann stellt sich auch die zweite Frage Ob der dann der Weg dann auch der richtige ist Äh komm ich da jetzt runter? Ey da komm ich nicht lang Scheiße Verpiss dich mal Ne Leute da komm ich nicht lang tut mir leid Also das funktioniert nicht Jut müssen wir uns anderweitig den Weg suchen Da geht sie weiter Ich muss die Brücke finden Fiss dich man Boah geh doch mal raus aus dem Grab Schimmst dich denn gar nicht? Hehehe Ok Ok Der wirft immer nur noch dein Nehmen Ey man wo muss ich denn lang? Ich versteh das nicht Erik Äh Blueby Schöne habt ihr nicht gehört Ist doch scheißegal Ich find das nicht scheißegal Ich muss doch irgendwie den Weg zu dem alten Sack finden Ich mein's mit dem Namen Ey komm ich nicht da Wo hoch Hier Von da kam ich doch aber Krass immer hoch Testig du Hune Ich komme nicht vorbei Gucken Nichts nicht irgendwie anheben Kann ich nicht anheben Scheiße geht nicht Versuch mal mit ner Bombe Ich kann nicht weh Weh das funktioniert jetzt so Ne Alles klar wissen wir Bescheid Ey man Leute ey Weitermann Weitermann Ich mach mal ein Tase Ich versteh das nicht Alter hier weiter Wo hier? Ja Hier musst du hin zu denen ja Ja hier ist ein Kreuz Pass auf Da hast du ein Kreuz aber wie komm ich denn da hin? Ich muss da Ich muss da Warte mal The library is a special book called the book of Modora something inside Wo ist denn die Wo ist denn hier die Bibliothek? Mann Quatsch mich doch nicht zu Ich hab das mal verstanden Was willst du denn von mir? Ja das ist cool Alles klar Ey soll ich mal nach oben gehen? Ja Ich geh mal nach oben Ey man ey das wird so atemberaubend Scheiße ey Aber ich ziehs trotzdem durch Ich schäm mich davon nicht Ja verpiss dich du Hund Weißt du Ich kann hier nicht runter gehen Geht nicht Versuch drückt der wie mit Klopter Hier kann ich runter springen Weil da ne Lücke ist Geh mal hier oben mal komm Was denk dir oben mal komm Geht nicht Funktioniert nicht Kann ich nicht machen Was ist denn hier eigentlich? Was ist hier? Alles klar Ey wieso Achso Wenn ich nicht mache explodiert die Scheiße von alleine Okay Was sagt er? Cannons Oasis Alles klar Nehmen wir mal hier lang Aha Okay Ih Ah Verdammt Musst du dir gar nicht in Pfeil ins Auge bannern? Ja ja Den muss ich in Pfeil ins Auge bannern Aber ich habe keinen Bogen Hallo Ey guck mal da oben geht rein Sollen wir mal rein ihn? Ja geh mal in Tempel Tempel Alles klar Ich weiß nicht was mich da erwartet Hahaha Alles klar Okay Ja Pussy gib mir mal hier Energie Hey wo Okay Sie hat da einen Bug So Hey wo bin ich denn hier? Hey wo bin ich denn hier? Hey Leute wo bin ich denn hier? Hey wo bin ich denn hier? Hey wo bin ich denn hier? Ah ne der alte Sack ist ja ganz woanders Was? Ich muss irgendein anderer Neuro sein Was ist denn? Hä? Zora Kings Domain Alles klar Hey was lass Was? Fisst euch doch mal Was wollt ihr denn von mir? Aha Interessant Wir haben was gefunden Wer ist er denn? Aha Mal guck mal die Mal guck mal die Koffen Ja Hier Pär die Scheiße Aber ganz sehr schnell Rück raus die Kacke Ziege ich Bitte? Er hat mir die Kugel gegeben Ey du kannst Ey Moment mal Du kannst schwimmen Ne ich brauch doch die Flossenfett schwimmen oder nicht? Oder irrig mich da Du wirst einfach mal Hä? Hä? Okay Verprobieren wir es mal Ist ja geil Wir können schwimmen Wie genial Safe State Zieh aber vorher noch imlegen Okay Jetzt wird die Sache Hä? Ein Goldener? Okay Äh? Boah perfekt ausgewichen Oha Ja es reicht wenn du einmal schießt Du triffst mich ja eh nicht Okay du bist hier Äh? Hier hoch? Uah! Verdammt! Okay So mal gucken wo wir jetzt hier sind Äh alles klar Hat sich auch erledigt Hahahaha Aber ich habe schon mal gedacht wir jetzt schwimmen können Ich dachte wir kriegen die Flossen dadurch Hahahaha Hat sich selber abgeschossen Hahahaha 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 Darf eine Höhle nochmal reingehen? Ja Okay Was ist denn hier? Da sind bestimmt Rubine drinnen Oder Unterlass es bitte wenn da welche drinnen sind Bomben 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 Herz Okay Das hat sie echt gebracht Ja das hat sie echt gebracht in die Höhle reinzugehen Okay Weiß ich Bescheid Safe Jo Sofort Äh aber ich versteh das nicht Diese Hä? Er hebt mir für Im Originalteil hat die Scheiße 500 gekostet Ja ich bin hier auch froh aber es wundert mich ehrlich gesagt Aber was für ein heißer Kampf Zensiert Gehen wir mal hier lang Okay Ah 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 Die sind ja überall Ah Renner Verschwindet Ah ich bin eh Ich bin ich echt als ihr Rubin man Das Rubin Rubin Scheiß auf jetzt ist viel Das sie töten aber auch so besonders Alter halt den Maul man Ja Kann ich da nicht machen Doch Ist du besoffen? Was ist denn hier? Nicht Toll Nein du musst Na einfach nach oben Geh da oben nach links Ist denn hier eigentlich? Hä? Na das hat er vollgebracht jetzt so Ey man wozu bin ich denn hier? Okay Ich bin am Schloss bin ich Äh Sky Island Alle klar da bin ich Verstehe Trifrost Der Trifrost Schrein Wo bin ich denn hier? Wo bin ich denn hier? Äh F F F F F F F F Alles klar verstehe ich nicht Verstehe nur Bahnhof Gehen wir hier lang Gehen wir hier lang Gehen wir hier um wo lang immer Ja leute es wird eine richtige Yeah Herbst da hier von Alles klar Da wird eine richtige Erkundungstu Also wenn es euch zu langweilig wird Ihr wisst der was da zu tun ist Äh Hallo Äh da nehmen wir mal an Hier Bam Die bleiben einfach nur stehen Ist ja genial Guck mal das mal Nee War doch kein Eingang Ich dachte Ich dachte es wäre ein Eingang Oh Okay Bogen Oh wie schnell er wieder sich bewegen kann Ah Verschwinde Ah ich verschwinde lieber Ah Und drin Ah Hallo Wie hier wie hier Ey kommt Ey wo hab ich gezaft Alter ist doch nicht euer Ernst Ja gut okay Tatsachen wir uns wieder Wissen wir Bescheid Dann aber auch wirklich safen Nicht vergessen Ah Verdammt Mann verschwindet doch mal alle hier Okay wieder voller Energie Erstmal Oha Oh alle vier Oha Rubine 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 Das war ein Monster Kill gerade Oha